Oh, warst du das? Nein. Alter! Hier hat sich ein Hörtei an mir vorbeigeschlichen. Ja, Granata. Ist doch von mir auch klein noch. Ist was dickes, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht. Ach siehste, Kampanen baue ich auch noch, das Arschloch. Stefan, rennst du da oben rum? Ja, ja. Ja, ja, das ist Kolontai. Ach so, da muss Blei hin. Das ist Kolontai. Verknüppel, Mann. Wo die Waffe nicht geht. Ah, brauchst du nicht an dich ranlassen. Jetzt ist er verflascht. Ich weiß natürlich nicht, in welche Richtung er guckt. Oh, der guckt, der guckt hierher. Ich muss nachladen. Warte mal kurz. Ich muss nachladen. Oh, der brauner. Ich habe einen. Oh, der brauner. Wer ist denn das? Oh, warte. Oh, der brauner. Ich bin ziemlich weit links. Ich flech den jetzt noch einmal. Bist du bereit, Tobi? Nee, ich muss aber nachklippen hier. Das hat mich gehalten getastet, der Idiot. Irgendeinen braunen. Ja. Ja, dann sag Bescheid. Ich würde ihn dann noch einmal flächen. Das ist doch das fette Kind, oder? Der Kolontai halt, ja. Oh, der ist dran. Da habe ich noch eine Rechnung offen. Mit den Idioten. Ist das Kaban, der mit dem Basecap? Ist das Kaban im Basecap auf? Nee. Okay. Kaban hat den Feuerwehrhelm auf. Wer ist denn das denn hier? Achso. Kolontai. Nee, da liegt einer hier. Ja, du brauner. Ich weiß nicht, was das ist. Oh. Hört auch viel ausgehalten. So, Ply, was ist los jetzt? Ich bin gleich da. Sechs Schuss noch. Fünf, vier, drei. Wenn du bereit bist, dann versuche ich noch einmal zur Fläche. Achtung, Fläche geht raus. In 3, 2, 1, jetzt. Ist er jetzt reingelaufen, oder was? Ich sehe den nicht mehr. Ach nee, der hat sich hingehockt. Ach nee, der hat sich hingehockt. Oh ja, komm. Hört doch auf, Alter. Was hat er denn schon gebracht? Eine Granate geschmissen, pumpt. Sofort hoch. Ja, ne klar. Ich hör auf, jetzt. Ich hab gebockt mehr auf. Jetzt hier. Ich mach's jetzt nicht mehr. Jetzt hör mich auf den Arschlecken. Kaban. Die Fotze. Na klar. Er ist tot. Ach so. Scheiße. Achtung, ich hab ne Nate vorgeworfen. Was? Na gut. Ich renne jetzt rein. Mach hin, ja. Mach hin, ja. Mach hin. Ich hab geladen. Ich wechsle nicht. Jetzt sind noch keine Nates mehr. Wollen Sie, dass ich meinen feinen Nates gemacht hab, die genau bei ihm geleitet sind? Ja, ich hab ja auch noch welche hingefeuert bei den Idioten. Ja. Da passiert nicht. Nee. Ist klar. Wirklich blechen lassen hat er sicher auch nicht. Nö, irgendwie nicht. Ich weiß, wie ein Bluttenkind ist. Das ist aber ein Blutteidiot. Richtiges Arschloch. Ich stehe noch zwei vor. Ja, warte. Ich komm mit den da zwei. Die Sturm ist ein bisschen rotiert, oder? Oh, hier kommt was. Das kann doch unter uns sein. Das kann auch noch mal. Ja, wirken noch mal. Ich bin hier bei dir. Mhm. Ich würde mal vorricht im Skype Bridge gucken. machen da kaffee glatt irgendwo ich sehe es aber nicht jetzt schieße mal ok er zieht aber mich, das ist ja lustig da sind alle wahrscheinlich wieder drüben. Ich gehe jetzt hier die Treppen runter und gehe hinter zum Loch, also zum Kino. Ich höre genau, da steht auch nur an dem Übergang drin, bei der Küche da so. Aha. Was macht das? Alter, wieso habe ich einen Hit-Docken abkriegt? Leck mich doch. Gehen das, damit ich die ganze Zeit ziehe. Gehen wir hoch in die Treue. Du bist gerade hier ran, oder? Negativ. Gehen wir hoch, dass ich mal von hier irgendwas sehe. Rennst du? Ja, ich bin kurz gerannt. Über das Skybridge-Rennen wird wahrscheinlich Selbstmord sein, oder? Ja, irgendwas. Ja, ja. Ich gehe stark davon aus, weil irgendwas im Admin hockt. Ich habe gerade wieder Beine gesehen, aber wir auch nicht. Sie haben Beine gezeigt. Ich werde hier zum Admin rennen, oder? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Mann, scheiße. Oh, was ist das? Nein. Alter! So. Hier hat sich ein Hörtei an mir vorbeigeschlichen. Die Före armour wird sich nur vom Arm schließen. Komm! Wir müssen vorbeigeschlichen. Stein von den Tuns? Ich hab BirdEye erschossen. Oh, jetzt kommen die anderen. Das bin ich! Das bin ich! Nein! Oh! Nein, Stefan! Nein! Ja, jetzt musst du das alleine regeln. Hat's in Rase. Die K-Bahn und Kluha geht ja schonmal nicht mehr auf. Die K-Bahn und Kluha geht hier schonmal nicht mehr. ach ne das bist ja du stefan ich dachte schon hier liegt der nächste ja was kann sein dass die sich jetzt pushen kommen die anderen zwei ja Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Was rutscht da hier rum? Ja! Ja! Nein, das dumme Kind. Scheiße. Oh nein, Mann, ich hab Stefan umgebracht. Oh nein. Na ja, das ist ja schon vor einer Weile. Ich war gerade hier. Oh Mann, ich dachte, das sind die Gunst, die mich buschen. Oh Mann, Scheiße. Ah, Matze war ein Rase, das ist passiert. Blutrausch, total. Ich hab's gesehen, quasi. Rot, alles weg. Das Bild wird. Achso, warum nehme ich nicht die PP-Munition? Oh Mann, jetzt hab ich PS. Aber Kaban lebt da noch? Kaban lebt noch. Ich hab nur Kollontai und Kluka. Ach, der knüppelt sich gleich zusammen. Da kann dir keiner helfen. Nee, schade. Kannst du nur das Messer ziehen und zustechen. Immer schöne zustechen. Nee, nee, ist das nicht Kollontai, der dich zusammen knüppelt? Ach nee, Kollontai war das ja, Kollontai. Stimmt, Kaban ist der andere. Heini. Nee, Kollontai ist der mit RBM. Nee, Kaban ist der mit RBM. Nee, Kaban ist der mit RBM. Doch, Kaban, ja. Genau, also doch. Kaban knüppelt nicht, Kollontai knüppelt. Achso, okay. Würde ich sagen, oder? Nee, andersrum. Kaban knüppelt, ja. Was? Kollontai war der mit dem Waffenklemmter. Der Lappen. Naja, und dann knüppelt er doch. Das stimmt, ja, eben. Der war fakt geklemmt, dann hat er geklemmt. Ja, eben, das war der. Hm. Das ist ein cooler Teil, ja. Das weiß ich nicht. Einer von den beiden knüppelt. Oh. Oh, 60 Kilo. Oh. 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 So. Oh. Das ist ein cooler Teil. Was ist das hier? Uppee! Gut, mach ich mich aus. Obwohl, ich hab noch 16 Minuten, aber ich hab halt auch guten Lut. Ja, alles. Lass mal sehen. Es fehlt nur noch Kapanen. Lass mal sehen. Lass mal sehen. Das war's. Das war's. Das macht er. Maximum Stamina und Stärke, ne? Das ist doch gut. Man, benutzen. Das mache ich mir jetzt aus dem Stäubchen. Ach, das war's. Oh, schade. Hier kann gerade noch einer rum. Was machen die hier draußen? Die Arschlöcher. Die Spaten. Skefs, kleine Wartenbeißer. So, oh, jetzt Energie geht auch langsam zur Neidung. Jetzt wecken habe ich natürlich gar nichts mehr. Das weisen habe ich nicht. Das war's. Schöpfen. 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 oh mein bitte lass mich jetzt ja nicht verraten ich habe gute munition gutes zeug und so weit ist es nicht mehr ich habe irgendeinen erfolg ich habe bestimmt alle drei kunst in einem red ausgeschaltet 37.000 ein boss ein bär bestimmt stefan ein boss zwei vier fünf fünf boss habe ich über den haufen genutzt alle zwei mit einer granate an der kieler und big bei kolontai auch noch mit einer granate das geschieht recht im arsch weil der auch schmeißt weil der auch schmeißt das gibt ein level abgirten schade ich dachte es reicht